Herzlich Willkommen bei Rock am Ring. Hi. Hey. Ihr seid zum ersten Mal hier. Was für eine Bedeutung hat dieses Festival für euch? Puh, heiju. Also eine großartige persönliche Bedeutung hat es für uns glaube ich jetzt nicht. Ich kenne es auch nur vom Hörensagen und vom Sehen. Ich war selbst noch nicht hier, weder auf der State oder als Besucher. Ist es für euch denn schon etwas aufregend? Ja, auf jeden Fall sehr aufregend. Weil es ein gemischtes Publikum ist. Auf jeden Fall. Es ist schon immer etwas anderes vor nicht eigenem Publikum aufzutreten. Gerade bei so einer Veranstaltung wie dieser ist es eine große Hausnummer auf jeden Fall. Es ist schon ziemlich aufgeregt, aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Habt ihr euch denn etwas besonderes überlegt? Weil ich habe irgendwo in einem Interview gesehen, dass ihr gesagt habt, ja wir überlegen uns vielleicht ein paar kleine. Also wir haben einen Kumpel von uns dabei, der sehr gut E-Gitarre spielt. Und der wird uns ein bisschen unterstützen auf der Bühne, um vom Sound dem ganzen Festival hier ein bisschen gerecht zu werden. Und ihr habt ein eigenes Studio gebaut. Wann war das und was hat euch dazu bewogen? Das war, wir haben jetzt 2017, 2016, Ende 2015 haben wir das gemacht. Und das hatte damit ganz einfach zu tun, dass wir die Chrome EP, unsere erste Platte, da habe ich noch bei meinem Vater gewohnt. Und hatte einfach so ein Home-Recording-Studio mir halt von meiner Jugend an, wo ich angefangen habe zu produzieren. Also zusammen gebastelt, da haben wir halt die Chrome EP gemacht. Und dann bin ich aber ausgezogen danach nach Köln. Die Jungs haben schon in Köln gewohnt und dann brauchen wir halt einen Ort, wo wir weiterhin Mucke machen können, ungestört halt, beziehungsweise wo wir auch keinen anderen stören. Dann haben wir uns halt noch Räumlichkeit gemietet und dann haben wir das halt da rein gezimmert. Und jetzt haben wir halt unseren Ort, wo wir 24-7 ungestört und wie gesagt, wir stören keinen anderen, halt Musik machen können. Ja und ich habe auch gehört, dass ihr ja sehr lange immer braucht, weil ihr alles demokratisch irgendwie schneidet, es muss immer alles allen gefallen. Dann habt ihr ja dann die perfekte Location, um euch komplett auszuprobieren. Ja, aber der Arbeitsprozess hat es mittlerweile auch ein bisschen verkürzt, weil wir uns ja mittlerweile, wir machen das jetzt schon seit zwei, drei Jahren in der Konstellation. Jetzt hat sich halt mittlerweile schon so ein Workflowing entwickelt, dass es so ein bisschen schneller geht, ist halt immer noch nicht so superschnell. Aber muss es auch nicht sein. Aber das muss es ja auch nicht sein. Es ist halt irgendwo gut, dass es so ein bisschen entschleunigt ist bei uns. Aber ja, mittlerweile wird es immer ein bisschen zügiger. Und bei Sana, sag mir, wie ich das aussprechen soll. Sana Giyama. Sana Giyama. Das ist ja ein Anime-Character, ne? Genau, richtig. Das war, also was ich so darüber erfahren habe, ich finde das war wie so eine Katharsis für euch, ne? Weil ihr wart irgendwie in so einer Entwicklungsphase und das hält sozusagen ein bisschen diese Phase fest. Nach diesem YouTube-Ding irgendwie. Könnt ihr das ein bisschen beschreiben, was da so in euch vorging und wie der Prozess war? Um es genau zu sagen, hält das ganze Album Hydra 3D so ein bisschen die Entwicklungsphase, die in unseren Köpfen passiert ist halt fest. Und Sana Giyama war einer der Punkte davon. Und ich weiß gar nicht, was man da genau zu sagen soll. Es ist im Endeffekt der Song, wo es um so ein bisschen den Zorn oder die Frustration geht, die man empfindet, wenn man über die Missstände und so weiter nachdenkt, die es nun mal gibt heutzutage. Und ja, ich glaube der Rest wird in den Lyrics schon erklärt. Ich finde das ganz interessant, weil es geht da auch ums Ego und gerade bei YouTubern geht es ja nur ums Ego, weil es ja nur eine Selbstdarstellung ist. Und das fand ich... Ja, aber nicht pauschalisieren. Nicht pauschalisieren. Du hast total recht. Es gibt auch Ausnahmen. Das sind immer so die von denen man am meisten, die lautesten würde ich mal so sagen. Ja, das sind die YouTuber, die die Leute kennen, die sich nicht auf YouTube rumtreiben. Ja genau. Das sind die von denen du gerade sprichst. Es gibt schon eine Menge coole auch auf dem Boden gebliebene YouTuber. Aber es ist schon so ein bisschen, man hat das Gefühl, dass diese Selbstdarstellung halt immer mehr überhand nimmt, finde ich. Auf jeden Fall, aber im Allgemeinen. Genau im Allgemeinen auf jeden Fall. Nicht nur auf YouTube, überall im Internet halt, diese ganzen sozialen Plattformen. Ja, also auch bei Konzerten, weil ich meine, ich habe mal die Beobachtung, dass jemand sich die ganze Zeit selber gefilmt hat beim Tanzen von einem Konzert, wo du denkst, es geht hier nur um deine Selbstdarstellung. Und ich finde das so, ich kann das überhaupt nicht verstehen, weil du hast ja nichts mehr vom Konzert. Also auf jeden Fall hast du da ein bisschen in dem Song, glaube ich, deine Wut offenbart. Ja, der Song war schon so ein Ventil so ein bisschen. Auf jeden Fall. In der Tat. Und ihr seid auch alle vegan, ist das richtig? Ja. Wie kam das? Das ist auch eine demokratische Entscheidung, oder? Also das kam eigentlich relativ spontan. Also wir haben sehr lange Fleisch gegessen, auch so den übelsten Ranzkram. Wir waren täglich bei McDonalds und haben uns Chicken Nuggets geholt zum Zwanziger oder so. Dr. Oetker Pizza Burger. Diesen ganzen Kram haben wir uns halt reingestopft und dann irgendwann gab es so eine Phase, wo wir uns ganz viele Dokumentationen angeguckt haben, weil sie uns einfach interessiert haben. Und dann sind wir irgendwann auf Sachen wie Food Inc. und sowas gestoßen. Und dann hatten wir von einem auf den anderen Tag irgendwie keinen Appetit mehr auf Fleisch. Ich weiß sogar noch, da haben wir damals noch so einen Tag, nachdem wir das geguckt haben, haben wir uns sogar noch irgendwie so einen Burger bestellt. Also irgendwie White Food Orada oder so einen Burger. Haben sie da reingebissen und dann hat man halt diese ganzen Bilder im Kopf und hat so richtig dieses tote Tier daraus geschmeckt. Und dann hat man irgendwie von einem auf den anderen Tag keinen Appetit mehr drauf und hat es irgendwie nicht vermisst. Und dann waren wir eine Zeit lang vegetarisch unterwegs und dann irgendwann kam der Punkt, wo man halt sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat und sich so gesehen hat, was auch noch an diesen ganzen anderen tierischen Produkten so für eine Kette an Dingen dranhängt. Die umwelttechnischen Sachen halt auch. Ja genau. Und dann kam halt die Entscheidung, dass vielleicht für unser eigenes Empfinden irgendwie besser wäre, wenn wir das alles ein bisschen streichen und den veganen Weg fahren. Ihr seid ja auch dann auf Tour gewesen und da habt ihr auch gemerkt, wir müssen uns vielleicht ein bisschen anders ernähren oder ein bisschen auf uns achten und du hattest glaube ich dann auch einen Vocal Coach irgendwann mal, weil du gemerkt hast, ich komme nicht mehr. Also das Ding war, auch um es einmal zur Tour zu sagen, da sind wir halt auch vegan unterwegs, das ganze Catering ist vegan und sowas, weil du gerade von Ernährung gesprochen hattest. Und das Hauptproblem bei der Tour war einfach, man schläft mit 15 Leuten in einem Bus, es wird safe jemand krank, dann werden alle anderen krank und dann bist du auch noch krank, musst jeden Tag auf der Bühne performen. Dann gibt es Songs wie Sana Giyama und auch noch andere Songs von uns, wo die Stimme sehr beansprucht wird und der Vocal Coach, also zu dem sind wir dann halt aus dem Grund gegangen, dass wir halt aus der Stimme möglichst lange so viel wie möglich rausholen können, weil wir halt bei der Tour gemerkt haben, okay, dieses Rumschreien jeden Tag und dabei auch noch krank sein ist nicht gerade das Beste, was man sich selbst antun kann und dann ist es bei der nächsten Tour sehr, sehr, sehr viel besser gelaufen, obwohl wir wieder krank geworden sind. Aber wenn man einmal Knötchen hat, dann ist es richtig schlimm und dann ist das Ding vorbei, also insofern gut, dass ihr euch so früh irgendwie drum gekümmert habt. Martiri hat in einem Interview gesagt, er findet es wichtig als Künstler, dass man Stellung nimmt politisch und dass viele sich nicht trauen, weil sie ihre Fanbase nicht vergraulen wollen. Wie steht ihr dazu, weil ihr sagt ja schon auch oft irgendwie eure Meinung zu solchen Sachen, ist das wichtig? Gerade weil ihr habt ja noch so einen Einfluss auf die jungen Leute, sag ich mal. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wenn man eine Stimme hat, finde ich, sollte man auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise die Verantwortung nutzen und so zumindest das, was man selbst für richtig hält, irgendwie nach außen tragen. Und ja, ich weiß, also ich würde nicht sagen, dass jeder Künstler irgendwie großartig politisch werden soll, aber es gibt halt auch viele Künstler, die nehmen irgendwie gar keine Haltung ein und bleiben sehr neutral und wollen irgendwie in kein Fettnippchen treten oder so. Und ich kann nur sagen, wie es für uns ist, für uns ist es auf jeden Fall wichtig, irgendwie, zwar nicht immer, natürlich haben wir auch hier Spaßtracks und so, Sachen, die nicht ernsthaft sind, so. Natürlich muss ja nicht immer alles bitter ernst sein, aber für uns ist es auf jeden Fall wichtig, auch zu bestimmten Dingen irgendwie unsere Meinung auszudrücken, ja. Du rappst halt auch und schreibst deine eigenen Lyrics, wie sieht es da aus? Ja, also das ist anfangs, muss ich dazu sagen, eher aus einem Joke entstanden sozusagen. Wir waren einfach mit Kumpels im Studio und jeder hat einfach einen Part aufgenommen auf einem Beat, den wir da halt gemacht hatten zusammen. Und ich weiß nicht, mir hat es halt einfach Spaß gemacht. Ich bin Musiker und habe halt auch Spaß, mich mit meiner Stimme sozusagen auszudrücken mit dem Instrument. Und habe auf jeden Fall vor, in Zukunft hier und da den ein oder anderen Part auf einem Projekt zu haben, keine Frage. Es gibt sogar Mary Part auf der neuesten EP. Stimmt, auf der neuesten EP ist der allerletzte Part. Auf der Platte ist von mir. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine große Rap-Karriere starte. Wer weiß. Wer weiß, was sich noch entwickelt. Ausschließen kann man gar nichts, das stimmt. Das wird von selbst passieren. Das stimmt. Ausschließen kann man gar nichts, aber ich fange mal so langsam an und schaue mal, wo das so hinführt. Ich würde es feiern. Ich auch auf jeden Fall. Das war's. 10, 20 Uhr so weiter. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.